Musik Ich bin ganz alleine drauf, ich weiß, ich habe es gesehen. Und da haben wir was für die Katie. Das sind so Sticker, die habe ich letztes Mal in der Schweiz im Migros gekauft, wo ich da einkaufen war. Auf! Auf, soll ich dir helfen? Na komm her. Und die Katie war, hat man mich heute überhaupt schon gesehen? Ich glaube nicht. Die Katie war heute schon alleine auf der Toilette. Ja. Ganz alleine hast du das heute gemacht. Oh. Guck mal, was haben wir da alles für Sticker? Ganz viele Tiere. Warte mal, hier ist nass. Ich mische mal schnell ab. Oh. Oh. Und das ist der Wald. Wald. Und das ist der Dschungel. So, also jetzt bin ich mal dran. Guten Morgen. Die Katie hat ewig geschlafen. Voll crazy. Eigentlich hat uns der Tom quasi aufgeweckt. Crazy, ja genau. Der Tom hat uns aufgeweckt. Ähm, der hat sich fertig gemacht und ist dann nochmal kurz rein. Ich weiß nicht, was der noch geholt hat bei uns im Zimmer. Auf, also ich mache mir gerade einen Kaffee noch. Ähm. Bin ich dann schon mal aufgewacht und dann bin ich dann schon mal aufgewacht und meistens ist es so, wenn ich wach bin. Oder wir uns ein bisschen bewegen oder ein, zwei Worte miteinander reden, dass dann die Katie auch aufwacht. Ja, und dann sagt er so, also tschüss. Ich so, hä, wie spät ist es? Und er so, halb neun. Yay. Oh mein Gott, die Pflanze hier ist auch katastrophisch. Genau. Jetzt ist die Mutti heute richtig gut drauf. Wir frühstücken jetzt erstmal, dann gehen wir einkaufen. Genau, und dann gehen wir heute Nachmittag, äh, eben nach Kreuzlingen, weil wir es ja gestern nicht geschafft haben. Aus unerfindlichen Gründen. Äh. Das ist ein Erdhörnchen. Den kannst du jetzt hier oben drauf kleben. Den großen Bär mit dem Babybär. Ja, guck mal, jetzt ist das weg. Zack. Und jetzt, sag, machst du es in den Wald. Wer kommt noch rein? Der Biber? Ja. Oder ein Waschbär ist es? Waschbär. Waschbär. Den Bauch. Auf den Bauch kommt der? Wie kommt denn der da hoch? Da hinten. Ui, der sieht aber schön aus. Als hätte das gestern nicht schon gereicht, mit dem Schlüssel zu Hause zu vergessen. Nee, das Universum hat sich gedacht, ähm, dann will ich noch eins brauchen. Neue Challenge. Schlüssel, Geldbeutel und Handy im Auto. Eingesperrt. Und das Auto lässt sich nicht mehr öffnen. Toms Schlüssel ist schon kaputt. Und der liegt natürlich auch mit bei mir im Auto. Leute, ich sag's euch. Wenn man es mal doof erwischt, ey, dann kommt es richtig. Ja, der Tom ist jetzt gekommen und hat es zumindest in die Wohnung gelassen. Jetzt hat die Katie schon mal, ähm, ihren Schnulli, den sie unbedingt gebraucht hat. Und Gummibärchen und ein Rüsser. Hör mal aus. Und jetzt warten wir auf den ADAC. Yay, es ist auch gut offen. Die haben das ganz easy aufgebracht. Ähm, jo. Der Papi fährt jetzt wieder und wir fahren jetzt einkaufen. Wo ist er denn, der Papi? Da hinten kommt er schon. Mein Feld. Ja. Du bist mein Feld. Tschüss. Mochi, der Papi muss noch arbeiten. Der ist nur kurz gekommen, um uns zu helfen, hm? Ja. Papi. Oje. So, wir haben es geschafft. Wir sind vom Einkaufen zurück. Die Katie schläft jetzt schon, Gott sei Dank. Und, äh, ich gönne mir hier ein bisschen, ähm, Sushi. Wir haben nämlich einen neuen Sushi-Bau im EDEKA. Und, ja, da wollte ich das mal ausprobieren. Nach all dem Stress heute Vormittag. So, wir sind da. Endlich angekommen bei den Tieren. Oh, es ist so schön hier. Gerade dann noch mit dem Spielplatz. Der ist irgendwo da hinter dem Tennisfeld. Da gehen wir nachher drum. Aber jetzt drehen wir erstmal hier unsere Runde. War kein Hunger. Oh, es ist so süß. Oh, ist der süß. Süß. So ein süßer. Ja. 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 Oh, je. Süß. Süß, haben sie einen neuen Esel. Zwei da hinten und der kleine ist hier vorne. Das ist doch super. Vielleicht kommen die her zu uns. Ja, genau. Schmeiß mal was rein. Schmeiß mal rein. Guck mal, die kommen schon immer näher. Einer. Du kennst die doch schon. Einer. Noch einer. Wie viele haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Und ein Baby. Guck mal. Babyschweine gibt es jetzt auch. Kleine Babyschweine gibt es jetzt auch. Kleine Babyschweine gibt es jetzt auch. Kleine Babyschweine gibt es jetzt auch. Und das große ist da. Tut. 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 Ja. Ist das das Boot? Ja. Ganz klein ist das. Ui, ui, ui. Aua am Fuß hinten. Ja. Kommt es her? Nein. Noch nicht. Das wühlt hier irgendwo im Matschraum, gell? Wie Hühner sind da? Hühner. 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 Rutsche. Rutschen? Ja. Gehen wir gleich. Fütterst du ein bisschen noch die Ziegen und dann gehen wir weiter zur Rutsche. Gibst du dem Kleinen was? Super. Hallo. Ja. Da ist auch eine kleine. Na, die ist ja draußen. Rauschen. Guck mal. Gib doch denen zwei mal was zum Fressen, ha? Zwei. Den zwei kleinen. Ja. Ärgern die sich? Hallo. 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 Guck guck. Rutschst du runter? Gucken wir mal. Gucken wir mal ob die heiß ist. Ne geht. Es ist nur ein bisschen warm. Rutschen. Oh 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 oh. Geht nicht? Ja dass wieder weil wir keine lange Hose an haben. Hallo. 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 Guck guck. Jetzt probier mal rückwärts, genau. Komm, geh mal da vorne rein. Da vorne ist nicht so tief. Vielleicht ist da auch nicht so kalt. Hier kannst du mal reingehen. Besser? So, Feierabend fix und fertig heute und ich hab Zeit für mich. Vielleicht kennt ihr es jemand? Ich find's voll witzig. Ein paar Minuten abschalten, relaxen und ja, ich freu mich voll drauf. Seht ihr das? Ja, der Tag war toll. War wirklich gut heute. Viel gemacht heute für die Arbeit. Wir haben am Sonntag Sommerfest vom Team. Und ja, manchmal muss man einfach so einen Ausscheiden und das mach ich jetzt hier. Ich freu mich voll, ich kann's gar nicht sagen. Es ist einfach drücken, wir haben mal so 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde. Oh, ich seh das gar nicht, ich sollte jetzt ins Bett gehen. Es ist, wie spät ist es denn? 21 Uhr 20. Und da, ich weiß, was ich vergessen. Und da, ich weiß, was ich vergessen. Bis zum nächsten Mal.